Oh mein Gott, Leute. Ihr erlebt jetzt zum zweiten Mal, wie ich als Killer spiele. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Damit schlage ich. Okay, das ist schon mal wichtig. Ich glaube, ich kann mich unsichtbar machen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Aber nur kurz. Das ist eine ganz, ganz blöde Map, weil ich mich hier nämlich auch absolut nicht zurecht finde. Weder als Survivor noch als Killer natürlich. Ich laufe jetzt hier so ein bisschen im Kreis rum. Wahrscheinlich werde ich hier überhaupt gar keinen Survivor finden. Oh, wo war das? Wo war das? Das ist so blöd, wenn ich so durch die Wände sehen kann, aber dann trotzdem nicht sehe, wo hier jemand ist. Was war das? Ich habe gerade irgendwas gehört. Und hier ist jetzt gerade irgendwo ein Generator angegangen, wo ich noch nicht mal weiß, dass ein Generator da ist. Ja, also das mit dem Versteckspiel, das habe ich schon ganz gut raus, aber... Ich finde hier absolut keinen Überlebenden. Das ist ja jetzt... Also das ist jetzt wirklich nicht euer Ernst, Leute. Ich will wenigstens ein paar Blutpunkte haben. Ich muss gleich mal nach oben gehen. Draußen wird jetzt auch keiner sein. Jetzt finde ich die Treppe nicht mehr. Ist das euer Ernst jetzt? Nein, der ist gar nicht hier hinter der Wand. Mist! Wo sind die jetzt hin? Oh, euer Ernst? Sind die da links, nach rechts? Manche sind da links, manche da rechts gelaufen. So, wenigstens mal ein bisschen was. An Blutpunkten. Na, na, scheiße! Falsche Taste! Falsche Taste! Lauf! Lauf schon! Also nicht du, sondern ich. Ist die jetzt da runtergelaufen? Nee, oder? Ach, die ist da runtergesprungen. Verstehe. Ah! Der ist noch kaputt. Da ist der Killer. Da ist auch keiner. Ja, immerhin konnte ich jetzt mal einen treffen. Auch wenn ich absolut keine Ahnung habe, wo die jetzt alle hin sind. Ich höre aber auch die Generatoren, nicht wirklich. Ach, der läuft schon! Oh! Ja, toll! Da bräuchte ich auch nicht mehr hinzugehen. Oh, geht da durch, Mann! Ich hab dich, ich hab dich! Ich hab dich! Ja, komm, komm, komm! Lauf! Der hat hier, äh, wir schaffen das, oder wie heißt das? Habt ihr drin? Scheiße! Falsche Richtung! Fuck! Fuck, fuck! Ich hab ihn aus den Augen verloren! Nein! Ausgang! Nein! Ausgang! Der Ausgang ist schon offen! Yes! 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 Ah, jetzt ist er, jetzt ist er, ist er noch nicht nach links? Nee. Komm, 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 komm! Ich hab mal einen gefunden! Ja, komm, hör auf! Ich hab keine Ahnung, wo die sind! Die Haken! Da, 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 da! Komm, komm, komm! Oh, mein Gott! So! Schlitz ich dich nochmal auf! Ich möchte ja nicht campen, das ist das Problem. Aber ich weiß, dass die den holen werden. Da sind sie schon! Hallöchen! Nein, ich seh nichts mehr. Da lief er doch gerade, da lief er doch gerade. Da kann ich nicht rum. Da kann ich schon rum, aber... Ja, geh durch! Mann! Nimm, 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 nimm! Nimm sie! Äh... Komm, komm, komm! Nein, hängen sie auf! Mann! So! Da kommt direkt schon einer! Ja, du sollst das Ablenkungsmanöver sein! Wenn ich weiß! Was macht der denn jetzt? Oh, das ist aber nett! Danke! Dann kriege ich wenigstens noch ein paar Punkte! So, dann gehe ich jetzt zurück! Ich hoffe, ihr hattet Zeit genug, sie abzuhängen! Ihr hattet Zeit genug! Oh, okay! Das ist nett, dass ich nochmal eine Palette machen durfte, weil sonst kriege ich jetzt sowieso nicht auf die Reihe, Punkte zu kriegen! So, ihr lauft alle Richtung Ausgang! Ja, lauf du mal! Checker! Nein, die habe ich nicht mehr gekriegt! Schade! Oh, hier ist auch keiner mehr! Die machen jetzt bestimmt den anderen Ausgang dahinten! Äh, nee! Die machen Generator! Wieso machen die Generator? Muss ich das verstehen? Okay, ich denke nicht! Ja, doch, da stehen sie! Da stehen sie! Juhu! Ja, aber ich hoffe, ein paar Pünktchen haben wir dann trotzdem bekommen! Mal sehen! Ah, ein bisschen weniger als eben! Okay! My second time is... Killer! Äh, time! Nicht Tim! Aber es hat trotzdem Spaß gemacht! Immerhin konnte ich zwei Leute aufhängen! Also, das bereitet mir Freude, dass ich zumindest ein wenig... ...Hochgefühl habe! Hahahaha! Ähm, ja, die anderen sind ja auch schon sehr, sehr gut ausgerüstet teilweise! Sie haben schon lila Perks! Ja, deutsch! Ups! Hahahaha! Äh, ich hoffe, er meint jetzt deutsch mit Germany! Also, mit GER als Germany! Ja, ich finde es auch cool, dass ich deutsch bin! Oder so! Hahahaha! Ach ja! Habt noch einen schönen Tag! Ups! Hahahaha! Äh! Achso, doch! Hat er doch ganz angenommen! Ich wollte gerade sagen! So, ja! Äh, und damit verabschiede ich mich jetzt für diese Runde, die, glaube ich, jetzt nicht ganz so lange gedauert hat! Aber, ähm, das war auch wirklich eine beschissene Karte! Ähm... So! Und viel Erfolg, ja! Ich übe noch! Aber danke! Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht! Wie blöd ich jetzt hier stellenweise gegen die Wände gelaufen bin und so! Jeder von euch, der... Ja, es ist noch nicht... Oh, ich hab einen neuen Freund! Einen der Survivor, die ich gerade versucht habe, Platz zu machen! Das ist doch schön! Ich nehm dich sofort an, falls du dieses Video zufällig mal sehen solltest! Ich nehm deine Freundschaftsanfrage sofort an! Ähm, ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir! Und... Und, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen! Wenn ich denn hoffentlich wieder als Killer reinkomme! Und, ja, mit der Zeit hoffentlich auch mehr Erfahrung bekomme! Bis dann! Ciao! Ciao!